Willkommen zurück zu Borderlands 2 DLC. Ja, hier haben wir es jetzt mal aufgehört. Und hier bin ich ja noch nicht hingerannt, deswegen war das Gebiet noch unentdeckt. So, äh, ja, wie soll ich denn jetzt soll ich da auf das Ding schießen? Tatsächlich. Da kommen sie schon wieder alle. Ach, die kämpfen gegen das Vieh, dann lassen wir sie erst mal. So. Kommt der jetzt zu mir? Kommt los ab. Los, kehrt zurück. Guckt doch mal an, wie viele Äxte da fliegen. Da wieder der Zauberer. Oh, nee. Blöde. Ich den hasse. Kommt, stirbst jetzt. Den hätten wir schon mal. Haben die das Viehland erledigt? Nee. Noch nicht. Leute, ich will mich jetzt erst mal nicht einmischen. Weil der wirft massenweise Giftbomben auf die. Die Äxte fliegen gar nicht so weit. Ah, doch, jetzt. Guckt sich das an. Gleich haben sie. Jetzt haben sie. Jetzt haben sie. Feuer. Feuer schon. So, jetzt kommt er zu mir, ja? Hau endlich ab. Weiter so, Geschütz. Weiter so, Geschütz. Weiter so, Geschütz. Weiter so, Geschütz. Komm weiter her. Alter. Alter. Jetzt dachte ich schon, der schmeißt mich hier runter. Du musst niemals sterben. Okay. Mal sehen, ob das meine... Gute. Komisch. Ja, die ist so komisch. Aber was die auch aushalten. Ist das wegen der Maske? Blöde Sau. So, Geschütz ist wieder da. Wunderbar. Hier haben wir noch einen Skill. Munition ist schon wieder fast alle. So, da soll ich lang. Aber ich gehe erst mal hier hoch. Wurde ich sagen. Was war das? Nehme ich mal mit. Nichts für mich. Mann, da ist ja kaum was drin. Und die immer mit ihrer Schrot. Fast einmal habe ich eine Schrot benutzt. Ein einziges Mal bis jetzt. So, weiter geht's aber hier hinten nicht, ne? Ne, von da sind wir ja gekommen. Okay. Oh, schade, schlechter wie meins. Ein Magazin. Wie gnädig. Wo redet der denn von hier oben? Ich muss ja mal schätze ich hier lang. Oh, schade. Ah ja. Bringe mein Geschütz in Stellung. So, ich bleib hier hinterm Stein. Die Geschützkebel ist ständig. Hau ab, hau ab, hau ab. Kommt doch. Halt dein verdammtes Maul. Hohoho. Oh, ich glaube, der Geschütz ist hier. Ja, jetzt. Was wirft er hier mit Spieße? Lang genug hat's gedauert? Ja, was finde ich gedauert? Es ist Zeit, es ist Zeit. Oh, ich hasse. Riecht euch deinen Mund wieder aus. Nein. Das ist nicht. Warum? Warum ist hier wieder Magier? Nein. Ich kann dich schmecken. Oh, ich setze dich nicht, dass Baby ab. Ist besser so. So. Mist, Magier. So, hier. Weiter feuern. Der ist hin, ne? Ja. Alter Schwede. Vor allen Dingen zum Anfang sind das nur zwei Leute, drei Leute, ne? Und dann werden's aber immer übelst viel. Immer dasselbe mit denen. Aber naja. Fies ist immer dann, gerade in dem Moment, wo ich mein Geschütz da wieder einpacke, ne? Dann kommen sie. Das kriegst du nicht, was schlucken? Ich will jetzt kein schlucken. Okay. Da oben war man, glaube ich. Ja. Dann weiter. Was? Ich brauche keine Schilde. Der Checkmörder. Der Checkmörder. Der Checkmörder. Hier. Mal wissen, wo sie die 1000 extra hernehmen. So. Gucken wir uns hier nochmal um. Eventuell noch ein bisschen Munition einsammeln. Natürlich Da ist nichts mehr Ist auch nichts mehr Geschütz ist auch wieder da Sehr gut Danke für die Spende So Ich hoffe mal nicht, dass die lebendig werden Das wäre nicht so gut Aber ich würde auch gerne mal den Zero spielen, wenn ich ehrlich bin Das werde ich vielleicht auch irgendwann mal Aber ich sage euch Leute Also jeden Charakter einmal spielen Mit kompletter Spiel durch Das ist Eins, drei, vier Eins, drei, vier Eins, drei, vier Eins Oh, da oben ist ja noch Aber hab ich doch was eingegeben Oh, Terminus Jippie Prima Herzlich willkommen Herzlich willkommen Kunde Wundervoll Oh, hier haben wir auch wieder Punkte Können wir gleich mal verteilen Ähm, da kommt schon Ähm, da kommt schon Effekt Rückstoßdämpfung Kritischer Treffer Nachladegeschwindigkeit Ist immer gut Nochmal 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 kritischer Treffer Ja, was war's Ähm, was wollte ich jetzt sagen Achso, ja, hier den Und der hat Boah, was für ein Schall Ja, das Schild ist zwar unten Bei maximales Leben Und Resistenz Gegen Dings Aber oben Allein die Ladegeschwindigkeit Die Mainz hat Ne, über 1000 Das ist schon Ich glaube, das wird ewig dauern Er wird da Echt da mal ein neues finden Was ist denn das hier? Guck mal hier rein Tatsächlich Oh Ah, da müssen wir auch hin eigentlich Moment, dann gucke ich aber erstmal Da hinten nochmal Was ist das hier? Irgendein Schrott? Hier komme ich gar nicht durch Okay, ich muss da hin Na dann Das dürfte ja dann der Boss sein Von dieser Welt, denke ich mal Ja Oh mein Gott Er sitzt da unten drinnen Jackstein Wie, äh Frankenstein Oder so Alter Was ist mit dem? Denk mal oben da die Dinger Oh schon, einen haben wir weg Was jetzt? Ja Jetzt heilt er sich oder was? Das ist ja wohl, äh ne Unter aller Würde hier Komm runter Geschütz Das werfe ich aber erst, wenn der wiederkommt So, jetzt Jetzt Oh, das haben wir auch ab Das ist die Frage Was hältst Aua Oh, der hat sich wieder da oben eingestört Ich hab kaum noch Schuss Ich hab kaum noch Schuss Na, die nicht Die nicht Die Nämlich jetzt mal Schön weit auf Wüsste nicht, was ich jetzt noch Einfach draus, ne, oder? Ach, da unten muss ich jetzt Raus schießen Oh, nein Noo Junge, 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 Iridium. Sehr schön. Aber er ging. Ich sag jetzt mal nicht, er war jetzt super schwer. Es ging. Was ist das? Ah, hier hätte ich mir Munition droppen lassen können. Super. Und da steht die Zeit sogar. Ich brauchte das aber nicht. Aha, hier sind überall die Dinger. Ach nee, die gehen nicht. Das sind die, die Maschinen... Oh. Kommt er jetzt persönlich? Okay, ich vergehe fast vor Angst. Aber ich denke, ich habe noch eine Chance, dich zu stoppen. Kammerjäger. Du magst die wandelnde Apokalypse sein, aber ich habe mein Gehirn, meine Waffen und mein Schiff. Vielleicht habe ich eine Chance gegen... Ein spielhaft Kammerjäger. Ernte nun die Früchte deiner Arbeit auf der Terminus. Ich soll eine Waffen... Äh, warte mal, ich muss mich mal gucken. Ach nee, wir haben soweit nichts weiter mit. Okay, kann er später noch aussortieren. Echt, jetzt gibt es jetzt hier eine Waffenkammer wie in, äh... Okay. Oh ja. Was jetzt? Ach, jetzt kommt der Abspann. Ja, das war dann wohl das zweite DLC. Das andere waren, glaube ich, keine richtigen DLCs. Das waren mehr so zusätzliche Inhalte. Das war jetzt das zweite richtige. Und dann machen wir mal wieder hier, ne? Schnell auf. Weil sonst würde es ja ewig dauern. Na los, los. Alleine für so ein DLC, wie viel da schon mitgewirkt haben. So. Ähm. Ich weiß jetzt nicht genau. Moment, ich will mal hier schnell gucken. Haben wir denn jetzt überhaupt dieses, äh... 4 hier besiegt? Wir müssen jetzt genau gucken. Grüne Waffen lasse ich jetzt auch mal liegen, erst mal. Blau. Blau ist schon mal gut. Geld ist erst recht gut. Nimm mal Blau mit. Grün lasse ich liegen. Ja, es sei hier. Alles grüne Waffen. Hier haben wir Blau wieder. Oh, da war, glaube ich, auch was dabei, was besser ist wie meins. Grün. Wow. Das ist echt. Blau. Blau, blau. Ich glaube, hier kriegen wir jetzt auch einen besseren Granaten-Mod. Aber wo kommen die lilanen Waffen? Äh, ne, ist grün. Lass ich mal. So. Die Blaue nehme ich mit. Die lasse ich liegen. Blau. Und immer das extra Kleingeld. Das ist sehr schön. Gefällt mir. Äh, ne. Alles grün, ne? Oh, da hat er irgendwas noch aufgenommen. Hat Munition. Auch alles grün. Okay. Oh, der hat hier wirklich gehortet. Oh, der hat hier wirklich gehortet. ne. Nämlich mit. Auch alles grün. hier sind wieder blaue wenn da eine richtig gute schrot dabei sein sollte mit eine hohe zielgenauigkeit die nämlich dann natürlich auch also da würde ich schon mal sagen da lohnt sich auf jeden fall das dlc von hammerlock aber leider nicht für mich für den psycho das hätten sie ein bisschen anpassen können also das für den charakter zwei maschinenpistolen kohle blau aber ich bin schon voll gut die ist jetzt außer mit dem schaden ist die sonst schlechter wie mich da muss ich jetzt mal so drauf gucken grüne hier wird es schwer das könnte ein revolver sein das ist nicht so schwer explodiert beim nachladen das habe ich ja okay das können wir schon mal liegen lassen das ist auch nicht für meins charakter munition ja alles grün oh der macht aber naja die ist nett die ist zwar nicht so genau ja größeres magazin und mehr schaden alles andere ist schlechter die merke ich mir mal vor so sind wir jetzt einmal durch da oben war noch was ne kommt man da hin genau so okay nix besonders da oben hallo wieder hoch da komme ich nicht hoch da komme ich nicht hoch oh hier von der seite ja genau ja genau okay soll ja keiner sagen ich hätte hier nicht alles geöffnet oh hier ist ja in der mitte ist ja noch ein haufen wahrscheinlich geld überall oder munition okay heilung so jetzt habe ich aber alles glaube ich jetzt gucke ich mal eben ob ich hier noch grüne waffen dabei habe ne nicht wirklich aber hier schilder habe ich noch ein weißes dabei könnte ich ja wenigstens die eine pistole noch mitnehmen wo war sie hier ne weil die noch giftschaden zusätzlich macht okay halt mich nicht fest da oben ist auch noch was oh der paar ist schon hat schon die überlänge also so okay das sind anscheinend nur munitionskisten oder kohle oder das ja und hier mussten wir sowieso hoch okay da sind jetzt auch noch ein paar aber da wird jetzt auch bloß munition drin sein aber so im ganzen hat sich das glaube ich schon gelohnt so dann sage ich mal an dieser stelle tschüss bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt borderlands 2 dlc und vielen dank fürs zuschauen tschau 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 tschau